das ist ein parkside multipuls schweißgerät und dieses gerät steht hier heute stellvertretend für viele sehr günstige geräte aber auch für viele ältere geräte und dieses gerät kriegt heute eine absolute premium funktion von mir verpasst und das ganze so einfach das kann wirklich jeder nachmachen problem bei älteren geräten bei günstigen geräten ist halt dass der lüfter wirklich permanent läuft und das ist nicht nur unglaublich nervig gerade bei so einem gerät hier ist der lüfter wirklich auch alles andere als leise und das ist jetzt nicht nur nervig wenn man zum beispiel sich konzentrieren will oder nebenbei irgendwas hören will es ist auch nicht gut für das gerät weil der lüfter zieht permanent die dreckige werkstatt luft ein das heißt wenn ich zum beispiel schleife das gerät an habe dann zieht er hier hinten permanent die luft rein der dreck setzt sich vermehrt in dem gerät ab also ist deutlich besser wenn so ein lüfter gesteuert ist und wirklich nur im bedarfsfall läuft vom ökologischen fußabdruck dass der lüfter auch strom verbraucht will ich jetzt gar nicht reden und gottes will nicht das thema anreißen nein also wir wollen hier eine lüfter steuerung einbauen und das kann man genauso wie ich das hier mache bei jedem günstigen gerät machen oder bei jedem älteren gerät weil viele haben zwei drei vier jahre ältes gerät da gab es das noch nicht so die würden sich sowas wünschen wir werden hier nicht irgendeine lüfter steuerung einbauen weil so eine ganz einfache lüfter steuerung das habe ich euch schon mal gezeigt das ist wirklich kein problem dazu gibt es ein video das kann man sehr einfach umsetzen es gibt noch eine viel viel bessere variante die habe ich in einem video gesehen von meinem freund marvin metalwork das werde ich am ende auch verlinken der erklärt das auch viel viel besser als ich ich will das heute aber auch ausprobieren weil mit dieser kleinen platine hier kostet ungefähr zehn euro kriegt das gerät nicht nur einen gesteuerten lüfter der erst bei temperatur angeht nein die drehzahl des lüfters oder der lüfter sind sogar zwei verbaut wird sogar reguliert das heißt wenn das gerät langsam warm wird dann fangen die lüfter an zu drehen drehen erst mit einer sehr langsamen drehzahl und wenn das gerät dann immer wärmer wird erst dann fangen die lüfter an wirklich hoch zu gehen das heißt wenn ich also nur mal ein paar kleine hefte mit dem gerät mache dann wird das gerät auch nur ganz langsam die lüfter laufen lassen das ist wirklich die absolute premium version das ist so eine version wie sie zum beispiel in absolut professionellen geräten verbaut ist und sowas kann man sich jetzt selber für einen 10 nachrüsten also 10er es gibt die platinen für zehn euro in irgendwo in asien zu bestellen ich habe sie jetzt bei amazon bestellt wurde sie nach einem tag geliefert und hat glaube ich 13 euro 99 gekostet man findet sie aber ab zehn euro wenn man ein bisschen im internet sucht mir war das jetzt aber zu lange dass ich hier irgendwo zwei monate warten muss so ich habe die abdeckung schon mal losgeschraubt also ringsrum die schrauben ganz einfach entfernen und dann kann man die ganz normal abnehmen und jetzt müssen wir zwei ganz wichtige punkte an dem schweißgerät identifizieren wir brauchen einmal die stromversorgung für den lüfter weil da wollen wir jetzt schließendlich ran und wir müssen gucken wo es an dem gerät wirklich warm wird und da gibt es natürlich die verschiedensten methoden erstmal die stromversorgung wir haben hinten die lüfter und dann den lüftern gehen die kabel ab und die kabel kann man ganz normal verfolgen gehen dann hier hoch und hier hat man dann den stecker und den kann man ganz einfach rausnehmen und das ist die stromversorgung für die lüfter wenn man sich da unsicher ist dann kann man das gerät einfach noch mal in die steckdose ziehen ich habe es also rausgezogen kann das gerät wieder anmachen und dann dürfte der lüfter nicht mehr laufen und diese stromversorgung wollen wir im prinzip unterbrechen wollen die über diese platine leiten die platine hat hier zusätzlich einen temperaturfühler und sagt der platine dann von wegen jetzt kannst du wieder strom durchlassen kannst den lüfter regeln und kannst den lüfter dann halt steuern dementsprechend so und dafür brauchen wir den wärmsten punkt an diesem gerät oder den punkt wo es wirklich an dem gerät warm wird und da hilft uns natürlich der hersteller weil der hersteller möchte ja nicht dass das gerät überlastet und wenn es sehr sehr warm wird sehr stark belastet wird dann schaltet das gerät ab und dafür gibt es hier diese beiden messpunkte und diese messpunkte sind dann wirklich schon mal die stellen wo es richtig warm wird in dem gerät und an den stellen kann ich auch ran ich habe zum beispiel hier oben die möglichkeit noch was anzuschrauben ich habe hier unten die möglichkeit noch was anzuschrauben und an diesen stellen werde ich auch ganz einfach herangehen ist also im prinzip eine sehr simple sache ich werde das ganz einfach so machen ich werde hier unten an das gerät herangehen weil das ist wirklich die stelle wo es nach messen sehr warm wird ich habe also vorhin ein bisschen geschweißt habe dann ganz einfach nach dem schweißen auf die schnelle hier mal gemessen und das ist hier dann ganz normal so ein temperaturmessgerät und dann kann man da ganz normal gucken wo es wirklich warm wird das kann man machen bei den geräten bei den meisten geräten kann man wirklich sagen dass man guckt wo diese temperaturfühler vom hersteller sind und da wird es wirklich warm also ich gehe da unten ran da wird das ganze angeschraubt mit wärmeleitpaste und dann muss sie ich nur noch diese stromversorgung über diese platine schicken die platine ist jetzt im prinzip relativ einfach erklärt wir haben hier oben die möglichkeit hinter den lüfter dauerhaft einzuschalten oder halt dass er nach temperatursteuerung läuft wir haben hier die möglichkeit diesen temperaturfühler einzustecken den ich eben schon mal angeschraubt habe ich habe dann hier plus und minus das ganze kommt halt von der platine und das sind dann hier die ausgänge für die lüfter und wir haben hier bei dem bei der platine oder bei dem teil hier auch wirklich die möglichkeit dass wir zwei lüfter anschließen also kann man wirklich nicht viel verkehrt machen zusätzlich habe ich hier noch die möglichkeit den lüfter zu steuern das müsste eigentlich dafür sein ab welcher temperatur er läuft das können wir natürlich auch noch mal ausprobieren aber im prinzip wirklich sehr simpel hier plus minus und dann hier immer plus minus vom lüfter plus minus von dem zweiten lüfter hier oben haben wir den tast da hier kommt der temperaturfühler rein das ganze muss ich jetzt einfach hier nur einbauen meine wunschlösung wäre jetzt gewesen dass es so funktioniert dass ich hier ein stecker habe hier ein stecker dass ich das ganze wirklich hier zwischen stecke das sind aber so stecker und da hoffe ich natürlich auf eure mithilfe die man wirklich sehr schlecht kriegt ich habe mir die gängigen lüfter stecker besorgt aber parkside oder der hersteller für parkside verwendet hier was anderes das sind so die gängigen lüfter stecker die passen hier leider nicht in der form also wenn sich da jemand auskennt weil wenn ich jetzt die richtigen stecker hätte könnte ich mir hier ein stecker ran machen könnte mit den kabeln hier reingehen könnte mit den kabeln hier rausgehen und mit dem anderen stecker dann hier reingehen habe ich leider nicht darum bleibt mir jetzt nur die möglichkeit dass ich das ganze hier trenne und dann mit dem stecker natürlich an die platine gehe und diese kabel dann hier direkt an der platine anschließe diese kabel hier von dem werde ich einfach ein bisschen verlängern von dem stecker dass ich hier genug platz habe macht das hier einfach los und dann ist das ganze im prinzip schon angeschlossen also ist wirklich sehr sehr simpel man kann die platine natürlich hier irgendwo noch fest verbauen irgendwo mit dran bringen oder so man kann es aber auch einfach mit kabel bin dann hier einfach mit befestigen und dann ist das ganze im prinzip schon umgebaut so sieht das ganze dann fertig eingebaut aus die platine habe ich ja einfach mit kabel bindern verbunden könnte man natürlich verlängern hier irgendwo reinschrauben ich habe es mir jetzt einfach gemacht das sind ist der stecker der ursprüngliche mit zwei verlängerten kabeln die gehen dann hier in plus und minus rein hier sind die beiden lüfter drin verbaut der stecker für den temperaturfühler oder temperatursensor hatte ich auch gezeigt den habe ich da unten dran geschraubt also im prinzip eine sehr simple sache jetzt kann ich das gerät hinten an machen und dann kann man das auch gleich testen jetzt hört man erstmal nichts da könnte es natürlich auch sein dass der lüfter überhaupt nicht mehr funktioniert und das können wir hier mit schön testen wir können das hier mit einschalten und dann läuft der lüfter aber auch schon mit reduzierter drehzahl und die drehzahl würde sich bei wärme jetzt halt auch entwickeln würde dann halt höher gestellt werden wenn das gerät dementsprechend warm wird so jetzt kann ich das ganze wieder abschalten und jetzt habe ich natürlich auch versucht damit zu schweißen und wenn man damit schweißt von wegen dann ist es wirklich erstaunlich dass man hier erst mal ein ganzes stück schweißt ohne dass was passiert ich habe es extra von hinten gefilmt dass mit man dann sieht wie dann irgendwann der lüfter anspringt und der lüfter fängt dann an mit einer ganz kleinen drehzahl und erst wenn ich hier wirklich massiv nähte ziehe bringe ich wirklich wärme in das gerät das liegt natürlich hier auch dran dass es ein sehr sehr großes gerät ist aber dann dreht der lüfter halt immer mehr auf aber für die kleinen nähte und das wird so ausreichend für das was 99 prozent der leute wirklich mit so einem gerät machen da läuft der lüfter gar nicht oder fängt ganz langsam an zu laufen und wenn der so ganz langsam läuft dann ist das natürlich auch ein zuckersüßes geräusch also das hört man fast überhaupt nicht ich kann euch versprechen absolut genial wenn man so ein schweißgerät hat und vorher dieser lüfter immer läuft und jault und dann hat man so eine platine eingebaut und das ist natürlich auch ein tolles gefühl man kauft sich diese platine kostet ungefähr wie gesagt zehn euro baut hier ein ihr habt gesehen das ist wirklich alles andere als ein hexenwerk und dann hat man so eine profi funktion in seinem gerät wie gesagt es wäre toll wenn es die stecker gibt dass man das mit steckern lösen könnte dann könnte man das auch so einbauen dass man hier halt kein kabel durchtrennen muss dann hätte man keine probleme mit der garantie weil wenn ich sowas zurückschicke und das gerät kaputt ist dann wird natürlich der hersteller probleme machen und sagen von wegen da ist der garantie anspruch aber nicht mehr gegeben das ist bei parks halt so und das ist natürlich auch bei jedem anderen hersteller weil ich habe euch das im detail erklärt und gezeigt und sowas kann man im prinzip in jedes handelsübliche schweißgerät einbauen würde ich vorher immer mal aufschrauben würde ich mir wirklich mal angucken ob das von der bauform her wirklich möglich ist manche geräte sind so massiv verbaut da wird es wirklich komplex aber ich sag mal so bei 90 95 prozent der geräte die ich hier habe ist es problemlos möglich sowas nachzurüsten macht extrem viel spaß macht hinterher auch extrem viel spaß mit so einem gerät zu arbeiten ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wie gesagt platine verlinke ich hier unter ansonsten wünsche ich euch viel spaß beim schweißen remanie